Die älteste Band vom ältesten Regiment von der Köln in Murthel gehört The Pirates and Joes of the London Scottish Regiment. Mitglieder von dem Team, welches jeden Land an ihre höchsten Herausforderungen gestellt. Sie nehmen eine Parade, feiern besondere Veranstaltungen auf dem Campus von ihrer Universität, in Orange, in den USA mit einem. Sie gehen als Prunkstück der ältesten privaten Vegetärschule der Nation. Sie sind auch Weltmeister. Das Ziel wäre ganz sicher für Sie auch ein Geister. Man kann sich sicher nicht vorstellen, wie viel Training und Übergang dahinter ist. Für mich ist es die absolut sympathischste Art und wie es man mit einer Maffel kann machen. Leitere Hände Karl Todt-Inwards. 3 Platoon Corps, Norwich, USA. 3 Platoon Corps,ailed atom toda, ja mit einer Gegend interessiert. 4 Platoon Corps, Land r 17igierst. Ancheise牛 surte, auf den Kälsen, café et der Kälse auf der Kälse auf der Kälse auf dem B�b. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Vielen Dank.